Hallo, guten Tag zusammen. Ich möchte mich als erstes wieder mal kurz vorstellen. Jürgen Sieben ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Condes GmbH, ein kleines Softwareunternehmen, beschäftigt mich seit 20 Jahren mit Oracle und unterrichte seit 15 Jahren alles, was im Umfeld von Oracle nicht schnell genug auf den Bäumen ist. Der eine oder andere wird mich möglicherweise kennen von den Büchern, die ich für den Rheinwerk Verlag geschrieben habe. Und der mich da noch nicht kennt, den lade ich auch hier gerne und selbstlos ein, mich auch darüber mal kennenzulernen. Keine Frage. Das Thema, was ich heute gern mit Ihnen besprechen möchte, lautet Wohin mit Code in meinen Apex-Anwendungen? Vielleicht ein etwas kryptischer Titel. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen übergekommen ist. Ich möchte das gern als Startpunkt für eine Architekturdiskussion nutzen, um einfach ein paar Aspekte aufzuzeigen, auch ein paar Erfahrungen mitzuteilen, vielleicht auch ein paar Strategien zu zeigen, die mir in den Projekten geholfen haben, Apex-Anwendungen auch im größeren Maßstab noch einigermaßen kontrollieren zu können. Und auch diesen Vortrag, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen vielleicht auch gestern schon da waren, möchte ich gern in drei Runden untergliedern. Gestern ging es um PLSQL-Code, da wurde das Niveau immer höher. Hier ist es nicht so, dass mit jeder Runde das Niveau hoch wird, sondern der Code klarer und besser, zumindest so wie ich das sehe. Aber auch hier gilt wieder die erste Bemerkung, nichts von dem, was ich jetzt hier vorstelle, muss so sein, wenn wir es anders für sich betrachten, gar keine Frage. Es geht einfach nur darum, dass Sie über die Punkte vielleicht ein bisschen mit nachdenken, die ich hier gefunden habe. Runde 1. Wir erstellen Apex-Anwendungen mit Apex-Bordmitteln. Achso, was meine ich damit? Wenn wir Apex auf diese Weise entwickeln, dann haben wir im Grunde genommen innerhalb der Datenbank zwei beteiligte Schema, vielleicht auch mehrere, das ist einmal das Schema Apex 18.01.00 oder welche Version auch immer Sie einsetzen und wir haben angekoppelt über den Workspace-Mechanismus eine oder mehrere Schemata, in denen normalerweise die Tabellen drinstehen, in denen dann Ihre Daten gespeichert werden. Die allermeisten Package-Applications, die von Oracle kommen, sind so gebaut, das heißt nicht nur die allermeisten, sondern alle. Und sehr viele beginnen ihre Entwicklung auf diese Weise. Wenn wir diesen Ansatz angucken, dann haben diese beteiligten Schemata verschiedene Rollen. und das Apex-Schema nimmt die Rolle ein, den View-Layer zur Verfügung zu stellen, das heißt die Metadaten, um eine Seite zu rendern, diese ganzen Dinge zu tun und gleichzeitig enthält diese Layer auch mehr oder weniger viel Control-Logik, zum Teil auch Validierung, zum Teil auch Speicherungslogik. Und unten drunter haben wir die Workspace-Schema, da wird also das Model, die Persistenz gemacht, aber auch dort haben wir Control-Logik. Dieser erste Ansatz ist das, was bei Apex auch empfohlen wird. Wie gesagt, die Package-Applications sind selber so gebaut. Und wenn wir dieses Modell verwenden, dann würde ich Ihnen die Empfehlungen geben, die Apex-Bordmittel zunächst einmal sachgerecht einzusetzen. Das bedeutet, Berechnungen sind dazu da, Benutzereingaben des Benutzers zu surgieren, wenn sie nicht gemacht wurden oder beim Seitenladen entsprechende Default- oder Standardwerte zu setzen. Die Validierungen werden eingesetzt, um die Benutzereingaben zu validieren. Die Prozesse dienen der Verarbeitung der Daten auf der Seite. Die Verzweigungen werden mit den Branches gemacht. Und wir verwenden Assistenten, wo immer möglich. Das klingt wie Selbstverständlichkeiten, aber ich erinnere mich daran, dass ich in einem Buchprojekt als Fachlektor eine Zeit lang eingesetzt wurde. Und ich habe irgendwann dieses Fachlektorat abgegeben, weil das erste Beispiel in diesem Buch für die Verwendung dynamischer Aktionen darin bestand, zu sagen, wenn der Benutzer vergessen hat, ein Einstelldatum für den Benutzer, für den neuen Mitarbeiter einzugeben, können sie eine Dynamic Action nutzen, um System einzutragen, einen Ajax-Call, um diese Daten vorher in den Session-State zu schreiben. Wenn sie dann zurückkommen, können sie mit einem Processing der Seiten die Daten übernehmen. Sie gucken mich so ein bisschen schmunzelnd an zum Teil, aber genauso wird es gemacht in vielen Stellen. Und es ist ein Albtraum für denjenigen, der nachher versuchen muss, eine solche Anwendung zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber die weit überwiegende Mehrheit, vielleicht können wir da mal aufzeigen, wo es nicht so ist, wird Anwendungen im unternehmerischen Umfeld entwickeln, im Team entwickeln. Wahrscheinlich Anwendungen entwickeln, die über längere Zeit gewartet und gepflegt werden müssen, von mehreren Kollegen über die Zeit. Ich kann natürlich alles tun, um diesen Kollegen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ja, ich habe irgendwann, schon mal erzählt, meine Stellenausschreibung gelesen von einem Unternehmen, das neue Mitarbeiter suchte, um die dann zu Beratern zu schicken, also zu Kunden zu schicken, als Berater. Und eine Kernkompetenz, die dort gefordert wurde, war die Fähigkeit zur Generierung von Folgeprojekten. Ein Euphemismus für, man muss ein dermaßenes Chaos hinterlassen, dass man vollständig unersetzbar wird. Da wären das Strategien für. Ich bin aber der Meinung, dass wir zunächst einmal bei APEX beginnen, eine Standardseite zu bauen. Ich habe in einigen Projekten die Erfahrung gemacht, dass Entwickler sagten, das sieht aber nicht aus wie bei GWT, Google Web Toolkit. Da haben wir die Möglichkeit, das so und so zu machen. Wir brauchen Plugins, wir müssen JavaScript draufbauen, damit das alles genauso funktioniert. Mein Rat an dieser Entwickler wäre, nehmt GWT. Wenn ich mit APEX out of the box zunächst mal nicht leben kann, muss es meiner Meinung nach sehr gute Gründe dafür geben, warum wir abweichen vom Standard. Denn APEX wird als Rapid Development Framework gesehen. Wenn wir anfangen, Plugins zu machen, wenn wir anfangen, sehr viel JavaScript auf die Seite zu bringen, verlieren wir diesen Rapid Application Aspekt. Ich behaupte, die Zeit für die Entwicklung eines Plugins, nicht mal gerechnet die Wartungszeit anschließend, ist um Faktor 10 höher, als die Verwendung eines Standardfeatures, was ähnliches täte. Ich bin nicht gegen Plugins, ich bin nicht gegen Dynamic Actions, aber ich bin gegen eine unmotivierte oder unnötige Verwendung dieser Features. Und ich glaube, dass man zunächst einmal mit dem Standard beginnen muss. Selbst, wenn dadurch der Flow der Anwendung anders ist, als zum Beispiel bei GWT. Die Assistenten sind des letzten Endes, die den Speed bringen. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, Sie wollen ein Formular machen. Meine Empfehlung, machen Sie eine View, holen Sie einen Assistenten, Sie haben alle Elemente auf der Seite, Sie nehmen die DML-Prozesse. Das ist der Startpunkt. Und dann kann man immer noch gucken, was können wir an deklarativen Validierungen machen, wie leben wir mit dieser Seite und dann gucken wir von da aus weiter. Zumal APEX meiner festen Überzeugung nach in den letzten Versionen, startend vielleicht mit 5.0, aber auch über 5.1, sehr viel besser geworden ist in diesen Feldern. Man kann also sehr viel länger mit absoluten Standardfeatures leben. Die Validierungen und Berechnungen sollten in diesem Architekturmodell deklarativ gemacht werden, denn dafür ist das ja da. Wenn also irgendetwas deklarativ möglich ist, sollte Skwende verwendet werden. Das bedeutet aber nicht, dass man unsere Seiten schreiben muss. Insbesondere längere Codeteile sollten in PLSQL-Packages ausgelagert werden, ähnlich wie längerer JavaScript-Code in Packages ausgelagert werden soll. Warum ist das so? Der Hauptgrund ist, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, es ist PHP zugeschrieben, dieses Zitat, die dann sagen, if it's not a simple solution, it might be the wrong solution. Wenn es nicht einfach ist, ist es vielleicht einfach falsch. Und wenn ich in einer Web-Oberfläche, in einem Texteditor, PLSQL entwickle, fühlt sich das nicht richtig an. Eventuell deshalb, weil es nicht richtig ist. Dafür haben wir einen SQL-Developer, dafür haben wir spezialisierte Werkzeuge. Aber es gibt noch einen härteren technischen Grund, warum PLSQL-Code auf der Seite meiner Meinung nach nicht verwendet werden sollte. Und der besteht darin, dass man sich fragen muss, wo wird dieser Code gespeichert. Dieser Code wird gespeichert im, ich nenne das, Apex Data Dictionary, das heißt in dem Schema Apex 0501 oder 1801, was immer Sie einsetzen, in Tabellen innerhalb dieses Schemas. Und zwar dort als CLOP, als Text. Dadurch verlieren wir einen sehr wichtigen Vorteil. Nämlich den der Dependency-Auflösung. Wenn Sie eine Tabelle ändert, wird ein Package invalid, wenn eine Spalte nicht mehr dort ist. Bei diesem Code nicht, das merken Sie nur zur Laufzeit. Ob der valide ist, können wir zwar beim Editor kompilieren, aber danach gibt es keine Abhängigkeitsverwaltung mehr. Und demzufolge haben wir hier per se instabiler einen Code. Und auch, das ist für mich jetzt eher nachhängig, eher langsamer ein Code, weil dieser Code jedes Mal neu kompiliert werden muss. Das ist auch ein Nachteil, vielleicht auch wenn Sie mit sehr viel Traffic auf der Seite zu tun haben, ein wesentlicher Nachteil. Das muss man eben herausfinden. Wenn wir uns mal auf die Packaged Application verbinden, mein Lieblingsgegner ist derzeit der Application Standards Tracker. Und ich sage Ihnen auch warum. Das ist eine Package Application, der Application Standards Tracker, der vom Apex Team entwickelt wurde und mitgeliefert wurde als Produktivanwendung. Und der Zweck ist es, Codier-Richtlinien in anderen Projekten durchzusetzen. Das erhöht natürlich den Druck auf die eigene Code-Qualität, wenn man mal reinguckt. Aber vor allen Dingen wollte ich diese Software einmal übersetzen ins Deutsche. Denn die gibt es nur in der englischen Variante. Und ich empfehle Ihnen das, das ist jetzt ganz ernst gemeint, ich empfehle Ihnen, wenn Sie mal einen Tag Zeit haben, übersetzen Sie das Ding mal. Wenn Sie das ins Deutsche kriegen, dann kennen Sie alle Kniffe und Winkel von Apex. Wenn auf der Anwendungsseite nachher alles Deutsch ist. Und das liegt einfach daran, dass Sie beinahe alle Möglichkeiten finden, irgendwelche übersetzten Tokens zu finden. Natürlich haben wir auf der einen Seite die Möglichkeit, die Anwendung selbst zu übersetzen. Aber dann gibt es bei den Shared Components zum Beispiel Textnachrichten. Nicht auf meinem Rechner, wie es scheint. Okay, da haben wir Textnachrichten. Das ist ja das Apex-Verfahren, um übersetzbare Meldungen zu verwalten. Das ist auch alles okay, wenn ich davon absehe, dass hier unten im unteren Bereich auf einmal ganze Regionen erzeugt werden, mit CSS-Klassen und so weiter. Das ist dann schon ein bisschen fragwürdig, ob das noch so richtig ist. Dann gehe ich zum Beispiel auf Seite 53 und auf Seite 53 finden wir PLSQL-Code mit übersetzten Texteinheiten drin. Es ist einfach so, nichts davon ist wirklich falsch und es funktioniert ja auch alles. Aber ich habe fast, obwohl ich sehr viel Apex mache, fast zwei Wochen gebraucht, bis ich alles übersetzt hatte, alles wieder beisammen hatte. Und das ist eigentlich meines Erachtens nach nicht der Anspruch, den wir an unsere berufliche Tätigkeit haben sollten. Wenn ich also beispielsweise auf dieser Anwendungssette 53 nachschaue, das ist ein Beispiel, das ich gestern auch schon kurz gezeigt habe, dann sehen wir so einen typischen Fall für sehr viel PLSQL-Code und zwar hier in diesem Seitenprozess Create Collections. Dort verbirgt sich der Code hier. Das sind irgendwie 150 Zeilen Code. Und die Frage ist natürlich, warum macht denn das Entwickler eigentlich? Zumal in diesem Beispiel, denn wir haben durchaus auch Packages, die mit dieser Package Application installiert werden. Wir hätten also die Möglichkeit gehabt, das Deployment wäre also möglich gewesen. Nun ein oft geäußerter Grund dafür, warum wir das machen, ist, dass wir hier in diesem Code mit der Doppelpunktnotation auf Bindelvariablen zugreifen können. Und die damit verbundene Äußerung, dass die V-Notation, also Function-Wert von aus dem Session-State langsam sei. Das stimmt, wenn man mit diesem Bereich, ich sage jetzt mal, unbewusst umgeht. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Ich habe eine kleine Abfrage geschrieben, wie diese hier oben. Wenn ich außerhalb der Apex-Seite bin, naja, dann habe ich keinen Zugriff mit der Doppelpunktnotation auf irgendwelche Bindelvariablen, die auf der Oberfläche für mich gefüllt sind, zum Beispiel auf den Session-Status. Dann bin ich gezwungen, über die V-Funktion auf den Session-Status zuzugreifen. Und wenn ich das mache, was jetzt hier steht, das ist gestern schon thematisiert, vor dem Performance-Tuning-Slot, dann haben wir hier ein echtes Problem, weil die V-Funktion eine PLSQL-Funktion ist, die im Schema Apex 18.01.00 definiert ist und ein Public-Synonym hat. Jeder bewendet das. Und wenn ich in der Where-Klausel einer Tabelle eine solche Funktion aufrufe, dann wird für jede Zeile der Tabelle-Employees ein Umgebungswechsel zwischen SQL und PLSQL gemacht. Und das merken Sie insbesondere bei größeren Tabellen sehr deutlich. Sehr deutlich. Und um das zu verhindern, ist der Trick relativ einfach, aber auch für viele am Anfang ein bisschen ungewohnt. Wir kapseln diesen Aufruf in einer skalaren Unterabfrage vom Dual. Eine skalare Unterabfrage wird von der SQL-Maschine einmal ausgeführt und das Ergebnis als Konstante betrachtet und steht anschließend sofort wieder zur Verfügung. Und demzufolge haben wir nur genau einen Umgebungswechsel und das Performance-Problem ist weg. Jetzt haben wir also beides. Wir haben einen sauberen Code, weil wir zum Beispiel wieder in Views arbeiten können, in Packages arbeiten können und so weiter. Und haben gleichzeitig die Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, vielleicht zeige ich Ihnen das mal ganz kurz, dass das auch wirklich stimmt. Ich nehme mal eine Funktion von MHR Employees und diese Funktion DBMS Random Value ist ja geradezu der Inbegriff dafür, dass wir eine nicht-deterministische Funktion haben, die wir jedes Mal neu gerechnet haben möchten und wenn alles läuft, dann kommen hier Zufallswerte raus. Diese Zufallswerte werden auf der PLSQL-Seite gerechnet und demzufolge muss ich für jede Seite der Tabelle Employees einmal rüber zur PLSQL-Seite dort rechnen lassen und kommen wieder zurück. Mal schauen, was passiert, wenn ich das Ganze in eine skalare Unterfrage kapsel und dann sehen wir, dass die gleiche Abfrage nur noch einen Zufallswert zurückliefert. Ja, das ist glaube ich der Beleg dafür. Wir sind nur einmal auf die PLSQL-Seite gegangen, haben einen Roundtrip gehabt, der Wert ist anschließend als Konstante dort und das Problem mit dieser V-Funktion ist weg. Das heißt, es spricht kein harter technischer Grund dafür, meinen Code auf APEX-Seiten zu machen, außer vielleicht der Bequemlichkeit der einfachen Deployment-Strategie oder so etwas, aber ich rate von diesem Weg ab, weil einfach Code entsteht, den man nachher nur noch sehr schwer verwalten und warten kann. Dynamische Aktionen und das gilt im gleichen Maße für Plug-ins empfehle ich, wenn ein Effekt anders nicht möglich ist. Ich habe hier jetzt nochmal aufgeschrieben versus serverseitige Bedingungen, denn oft ist es so, dass wenn Sie zum Beispiel eine modale Seite aufrufen, bereits beim Aufruf entscheiden können, ob Sie eine Schallfläche zeigen möchten oder nicht. Es ist nicht unbedingt erforderlich, mit einer dynamischen Aktion diese Schallfläche zu verstecken zum Beispiel, wenn ich das bereits beim Aufruf entscheiden könnte. In diesem Fall wäre meiner Meinung nach eine serverseitige Bedingung deutlich besser, weil die verhindert, dass dieses Element überhaupt auf der Seite gerendert wird. Ansonsten könnte ich mit einer dynamischen Aktion das aber sichtbar machen. Ich mache dynamische Aktionen also, wenn ich eine Seite habe, wo ich mich bewegen muss, während die Seite auf dem Bildschirm bleibt. Bei allen anderen Fällen, wenn ich es vorab entscheiden kann, ist meine erste Präferenz, das mit serverseitigen Bedingungen zu machen, damit meine Seite so schlank wie irgendwie möglich bleibt. Das Ziel, was wir versuchen, bei diesem Architekturmodell zu erreichen, sind möglichst einfache, möglichst schlichte Apex-Seiten. Das letzte ist für viele eine härtere Nuss, Vorrang von Request-Response für Ajax-Calls. Gerade bei einem Kunden, bei dem ich gerade bin, ist diese Entscheidung komplett dagegen getroffen worden, was man verstehen kann. Aber letzten Endes ist Apex von Grund auf als Request-Response-Spiel gedacht. Das heißt, eine Seite wird gerendert, ich mache irgendwelche Eingaben, ich klicke auf den Button, die Seite wird an die Datenbank geschickt, neu gerendert, kommt wieder zurück. Das ist das klassische Muster. Wenn Sie in diesem Muster bleiben, profitieren Sie von all den deklarativen Möglichkeiten, Sie profitieren davon, dass das Apex-Team korrekt die ganze Transaktionsverwaltung für Sie macht, Sie kriegen die Fehlermeldung richtig eingeblendet und all das. Ab Version 5.1, das hatte Dietmar Haust eben auch kurz angespringen, hat es einen grundlegenden Wandel gegeben in der Art, wie die Seite abgeschickt wird und zwar bleibt die Seite bestehen und im Hintergrund werden alle Benutzereingaben zur Validierung bereits an die Datenbank geschickt und kämen auch zurück mit Fehlermeldungen, sodass der Status der Seite komplett unverändert auf dem Bildschirm bleibt und einfach nur die Fehler dazu geblendet werden. Das war mit Version 5 nicht so, da wurde die Seite weggeschickt und neu gerendert mit Fehlermeldungen, hat den Status verloren, es hat geflackert auf der Seite. Alles das haben wir mit Version 5.1 nicht mehr und es ist vielleicht ein weiteres Argument zu sagen, ich kann nicht ein Stück mehr auf dieses Request-Response-Spiel abstützen, weil es bei Apex besser implementiert ist als früher. Ich behaupte nach wie vor, dass sie das nicht aus Menschenfreundlichkeit getan haben, sondern die mussten schlicht und ergreifend, denn das interaktive Grid mit Master, Detail, Detail und so weiter hat einen so komplexen Status, den wollten die in JSON festhalten und haben dann dadurch dieses JSON-Objekt in die Datenbank geschickt, haben es validieren lassen, damit der ganze Status nicht völlig zusammenbricht. Aber die Begründung dafür ist egal, es ist so und wir profitieren davon, dass wir mehr als 200 Seiten-Elemente machen können, denn die Größe der JSON-Struktur ist nicht begrenzt und deshalb haben wir viel mehr Möglichkeiten, in 5.1 deklarativ mit dem Request-Response-Zyklus zu arbeiten. Die Vorteile dieser Architektur liegen darin, dass sie eben weitgehend deklarativ möglich ist. Ich muss nichts programmieren, ganz banal. Ich kann auf alles das zurückgreifen, was das APEX-Team für mich schon vorbereitet hat. Dynamic Actions, die ganzen Validations, ist numeric, ist Pflichtfeld, ist und so weiter und so weiter, ohne irgendetwas zu machen und es ist deshalb, ich habe es hier mal in Anführungsstriche gesetzt, schnell, denn schnell ist ein sehr relativer Begriff. Schnell bedeutet, schnell gemacht, aber nicht unbedingt auch schnell gewartet, schnell migriert und so weiter. Aber wenn wir bei den Standards bleiben, haben wir eine einfach zu überblickende Anwendung und da einfach eine ganze Reihe Vorteile aufgrund der standardisierten Vorgehensweise, die jeder, der APEX kennt, nachvollziehen kann. Voraussetzung, wir benutzen die Elemente der APEX-Umwegung für das, wofür sie gedacht waren. Also Validierung für Validierung, Prozesse für Verarbeitung, Branches für Verzweigungen. Die Nachteile sehe ich persönlich darin, dass wir die Darstellung und die Logik sehr stark vermischen auf einer solchen APEX-Seite. Es wird auch unübersichtlich bei größeren Anwendungen, insbesondere dann, wenn Sie komplexere Formulare haben, wo Sie sehr viel dynamische Aktionen brauchen. Ich habe Seiten gesehen mit 40, 50, 60 dynamischen Aktionen und ich habe Teams gesehen, die die gesamte Zeit, die sie mit dieser Anwendung verbracht haben, damit zugebracht haben, dieses feingesponnene Gewebe von Abhängigkeiten zu warten, wenn eine neue Anforderung kam. Da sind wir einfach in diesem deklarativen Ansatz gewissermaßen limitiert. Das Gleiche gilt übrigens für komplexe Validierungen. Ich erinnere mich an so ein Metadatentool, da mussten wir Tabellen erfassen, Spalten dazu, die konnten unterschiedliche Typen haben. Das konnte eine Database-Link-Tabelle sein oder eine externe Tabelle. Und die Validierung dieser Seite, ist der Link da vorhanden, ist das so, sind die Spalten richtig, ist das lang genug? Die nahmen so ein Maß an, dass man im Grunde genommen mit den deklarativen Möglichkeiten irgendwann am Ende war. Sehr unschön finde ich auch, dass einige dieser Validierungen deklarativ auf der Seite gemacht werden, andere in einem Package. Und wo sehen Sie, was genau passiert? Bei komplexen Seiten. Sie gucken auf der Seite, was da alles so an Validierungen steht, Sie gucken ins Package, um zu gucken, was da vielleicht noch gemacht wird. Dann gibt es vielleicht noch eine Dynamic Action, die mit einem Ajax-Call noch irgendwas geregelt hat. Und diese Unübersichtlichkeit sorgt für eine Anwendung, die letzten Endes irgendwann nicht mehr im Griff zu halten ist. Sie ist schlecht migrier- und pflegbar. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der jetzt in Projekten steckt, wo man von Forms zum Beispiel auf Apex migriert. Ich glaube, Ihre Schmerzen sind umso höher, je überzeugter die Forms-Entwickler davon waren, dass nach Forms nie wieder was anderes kommen würde. Warum machen wir jetzt wieder das Gleiche mit Apex? Die Beispielanwendung wäre der Standard-Tracker. Ich möchte das jetzt gar nicht weiter vertiefen. Sehen Sie sich das Teil gerne mal an oder auch die anderen Anwendungen und werfen Sie mal einen Blick auf die Codierungsart, die da drin steht. Versuchen Sie als unvoreingenommen einfach mal nachzuvollziehen, wie funktionieren die Seiten, warum gibt es auf jeder Seite fünf Plugins, warum ist das eigentlich erforderlich. Gucken Sie mal, was da alles passiert und wenn Sie sich das wirklich mal antun wollen, übersetzen Sie die Seite oder die Anwendung mal. Das ist eine abendfüllende Beschäftigung. Aber, welche Möglichkeiten haben wir? Was können wir noch tun? Runde 2 Ich habe das mal Clean Apex genannt und zwar atmet das Ganze den Geist, dass wir Apex für die Visualisierung verwenden wollen und die Datenbank für die Logik und das Kontrollen. Und in der Architekturübersicht kommt nun ein Schema hinzu oder auch mehrere. Es bleibt natürlich das Apex 1801 Schema dort, denn dort ist das Data Dictionary drin. Im Regelfall empfehle ich aber nur ein einziges Workspace-Schema anschließend. Es sei denn, Sie haben sehr spezielle Gründe, das anders zu machen. Dieses Workspace-Schema implementiert die Apex-Logik, also das, was Sie für Ihre Anwendung an Logik brauchen. Die Daten, wäre darum, werden in weiteren Schemen da gespeichert. Es gibt also mindestens ein weiteres Schema, wo Ihre Tabellen drin liegen, wo auch Packages drin liegen, die dann diese Logik vielleicht verwalten. Sie sehen jetzt, ich habe mich bemüht, das optisch unfassbar gut zu darstellen, dieses Apex hier oben ist schmaler geworden, das Control ist klein geworden. Wir versuchen möglichst wenig Code auf dieser Ebene im Apex 1801 Schema zu benenhalten und lieber runterzugehen in unser Workspace-Schema. Was ist der Grund, dass ich die Tabellen von dem Workspace-Schema trenne? Der Hauptgrund liegt darin, dass es eben sehr viel Logik gibt, die für die Visualisierung gebraucht werden. Ich muss auf der Seite meine Seitenelementwerte einsammeln, ich muss fehlende Werte surgieren, ich muss irgendein Zeug machen, um die nächste Seite zu berechnen, so ein Zeug. Und ich möchte nicht, dass dieser Apex-spezifische Code, der eigentlich nur für diese Anwendung gebraucht wird, so nach und nach meine weiteren Schema da unten vollmüllt, sage ich jetzt mal. Ich würde es gern trennen, da unten, das ist meine Fachlichkeit und oben drüber ist Apex, die Apex-Anwendungslogik. Warum nur ein Schema? Naja, weil die weiteren Schema da ihre Rechte an dieses Workspace-Schema granten können. Dadurch haben wir einen feingranularen Zugriff. Das ist bei dem anderen Ansatz auch nicht so. Angenommen, Sie haben ein Produktivsystem, wo sehr viele Tabellen drin sind und von diesen Tabellen brauchen Sie aber nur 30 von den 5000, die da sind. und Sie granten dieses Schema dem Workspace, dann haben Sie Zugriff auf alle 5000 Tabellen und das können Sie nicht mehr feiner granulieren. Nur, wenn Sie sagen, das Workspace mit einem Workspace-Schema ist getrennt von diesen anderen Quellsystemen, haben Sie die Möglichkeit zu sagen, ich möchte bitte nur diese 30 Tabellen und bekomme auch nur darauf zum Beispiel Leserechte. Denn das ist der zweite Punkt. Ein Schema, das einem Workspace zugeordnet ist, da sind Sie der Eigentümer dieser Tabellen. Was Sie schmerzlich bemerken werden, wenn Sie aus Spaß mal Truncate Table versuchen, das können Sie nämlich nicht verhindern in diesem Umfeld. Die einzige Möglichkeit, hier eine Sicherheitsschicht einzuziehen, besteht darin zu sagen, das bleibt in einem weiteren Schema und ich grante, was meine APEX-Anwendung an Rechten braucht, an das Workspace-Schema und dann gibt es eben auch kaum noch eine Begründung für viele Workspace-Schema, die machen das Leben nur komplizierter, als es ohnehin schon ist. Die Kernidee ist also, dass wir die APEX-Seiten weitestgehend von PLSQL-Code und von deklarativen Validierungen entlasten möchten. Ich möchte die Seite so leer wie möglich. Im Idealfall habe ich eine Methode, die sagt Validate Page und ich habe eine Prozedur, die sagt Validate Prozess oder Handle Page. Dann stellen sich natürlich eine ganze Menge weiterer Fragen, wie organisieren wir jetzt den Zugriff auf den Session State, wo kommen meine ganzen Validierungen hin, wie mache ich das alles und das zeige ich Ihnen nachher gerne mal. Der Vorteil liegt aus meiner Sicht in der einfacheren Integration komplexer Validierungen, denn haben Sie ein Package mit einer Prozedur darin, die sagt Validiere die Seite, können Sie dort alles untereinander tun, was auf dieser Seite getan werden muss. Sie können Ihre Businesslogik aufrufen, Sie können triviale Prüfungen selber machen, Sie haben aber alles im Überblick, Sie sehen ganz genau, was passiert auf dieser Seite. Für mich war das an dieser Anwendung, wo ich diese Metadaten für Tabellen machen musste, mein letzter Ausweg. Ich konnte dort sagen, okay, wenn das jetzt eine externe Tabelle ist, dann prüft das, 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 das. Wenn das eine DB-Link ist, dann machst du bitte das, das, das und bei allen machst du bitte diesen, jenes noch. Und ich hatte eine Übersicht, in der ich sehen konnte, was passiert hier eigentlich auf dieser Seite. Das Verfahren, das ich gerne nutze dafür ist, dass meine Apex-Seiten einen Seiten-Alias bekommen und dass mein Package oder zumindest die Prozeduren darin dieses Alias referenzieren. Wenn also eine Anwendungsseite ein Alias-Tables hat, dann gibt es eine Validate-Tables-Methode und eine Handle-Tables-Methode in einem Package. Der große Vorteil für mich, ich kann an der Apex-Seite und am Alias der Seite sehen, wo der Code ist, der sich um diese Seite kümmert, in dem Package. Und dort habe ich alles, was für diese Seite von Relevanz ist. Das kann man so machen, das kann man anders machen, aber ich empfehle Ihnen diesen Weg einfach mal zu durchdenken. Und um damit arbeiten zu können, brauchen wir jetzt ein paar Strategien. Eine der Strategien, die habe ich hier in einem Util Apex Package zusammengefasst. Ich würde gerne in der Lage sein, mit möglichst geringem Aufwand und möglichst generisch alle Elementwerte, die auf der Anwendungsseite vorhanden sind, zu erfragen. und direkt idealerweise in eine Rekordstruktur zu übernehmen. Ich würde gerne in der Lage sein, bei Validier an der Seite zu sagen, gib mir mal die Werte der Seite und ich habe sie alle in einem Rekord stehen und kann sagen, okay, das, 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 das. Das wäre für mich eine ideale Vorstellung und zum Glück geht das. Denn jetzt machen wir uns das Apex-Data-Dictionary zunutze, da können wir nachsehen, welche Elemente gibt es auf der Seite und wir können dann mit einer relativ einfachen Funktion wie hier die, einfach nur alle Elemente der aktuellen Seite einsammeln und eine PLSQL-Tabelle übernehmen. Die Methode getPageValues ist so eine. PageValueType ist eine ganz normale PLSQL-Tabelle, Index bei Varchar, so dass der Name des Elementes als Schlüssel und der Wert des Elementes als Payload verwendet wird. Und damit kann ich zumindest 95, 99 Prozent aller meiner Seitenelemente sofort einsammeln und zurückgeben. Zurückgeben. Ich verweise hier auf die Application-ID und die Application-Page-ID, denn wir sind ja in einem Apex-Kontext, wenn wir diese Funktion aufrufen. Ich weiß ja, von welcher Seite ich komme, so dass mir diese Methode ohne weitere Parameter einfach nur das liefert, was der Benutzer auf der Seite eingegeben hat in einer PLSQL-Tabelle. Wenn ich jetzt nachher mit dem Ding arbeite, dann brauche ich nur sagen, util Apex getPageValues und dann kommt ein Rekord zurück oder eine PLSQL-Tabelle in dem Fall, wo alles drinsteht. Okay. Ich kenne gerade mal, dass ich Ihnen einen Code zeige, der dann damit arbeitet. Das sollten wir hier eigentlich sehen. Ja, sehen wir uns zum Beispiel mal dieses Package hier an. Hier ist ein solches Package, das für eine Anwendung, also mein Meta-Tool, die Tabellenverwaltung macht. Und dort sehen wir die ganzen Validate-Methoden und hier sehen wir dann auch diese Tabellen-Alias. Also hier zum Beispiel Validate-Tables oder Robert View oder Robert Cullens oder so. Das sind die Alias an meiner Seite. Und wenn ich auf eine so eine Validate-Methode klicke, dann sehen Sie einen relativ simplen Aufbau, der immer gleich ist. In einer ersten Methode sage ich CopyTables. Das ist dieser Aufruf von GetPageValues. Bei der CopyTables-Methode, ich zeige es Ihnen gerne mal, kann ich gleichzeitig auch ein Casting machen, ich kann ein Rekord belegen, ich kann Date umformen, ich kann fehlende Werte surrogieren. Gucken wir mal ganz kurz auf CopyTables, dann kriegen Sie vielleicht eine Idee, was ich da meine. Da ist meine CopyTables-Methode, die einfach die gesamten Elemente von der Seite herunter holt. Das sind die Namen meiner Elemente auf der Seite ohne Seitennummer, weil ich gerne mich von dieser Abhängigkeit befreie, dass es auf Page 17 war. Wenn ich die Seite einfach neu anlege als Page 19, fange ich hier alles an zu ändern, das möchte ich nicht so gern. Und ich habe einen Rekord gemacht und dieser Rekord entspricht der View, die die Daten für diese Seite geliefert hat, sodass das immer zusammenpasst und ich kann alle meine Session-Werte in diesen Rekord umkopieren mit einer CopyValues-Methode und anschließend kann ich dann in der Validate-Methode meine Validierungen darauf bauen. Und durch dieses sehr weit standardisiertes Verfahren, ich habe dann hier eine Set-Error-Methode mit Assertions-Methoden, kann ich meine Checks auf immer gleiche Weise implementieren und auf der Seite steht eigentlich nur noch Validate-Tables, mehr nicht mehr. Die ganze Apex-Seite wird sozusagen entvölkert von diesem ganzen Kleinkram, von diesen ganzen Problemen, die mich ansonsten belasten würden. Na klar. Was sind die gerade Fragen? Sie haben eine Apex-Möglichkeit, die Federmeldung direkt mit dem P3 zu assoziieren, dass es so ein Grund gewendet wird, wenn die Federmeldung steht, was mit dem Prozent der Einfache ist, die Sie nicht mehr haben, recht zu sehen, wo ist der P3. Ja. Die Möglichkeit, wie ich das nicht mehr verstehe, nehmen Sie nicht mehr? Nein. Also die Frage war, weil das für mich alle zu hören ist, klar. Auf der Apex-Seite habe ich die Möglichkeit, bei den Deklarationen sehr einfach zu sagen, gib den Fehler bei diesem Element aus, das der Fehler produziert hat. Und die Befürchtung war, dass ich diese Möglichkeit mir hier nehme. Das ist nicht der Fall, denn es gibt mit der Apex-Error-API von Apex die Möglichkeit, genau die gleichen Fehlermeldungen auch auszugeben. Das ist ja das Gleiche, was Apex intern auch tut. Und wenn ich hier sage Set Error, dann sieht man hier, dass ich einen Test mache, zum Beispiel der Owner is not null. Wenn null drinsteht, misslingt der Test und es wird anschließend diesem Element diese Fehlermeldung auf der Oberfläche gegeben. Ja, und das macht meine Hilfsmethode Set Error. Die ruft dann Apex Error Lock oder Add Message oder sowas auf und das wird dann beim Rendern der Seite entsprechend in der Fehlerregion angezeigt. Da gibt es keinen fachlichen Unterschied. Ich habe nur darüber die Kontrolle übernommen. Aber das machen bei mir die Helper-Packages, das programmiere ich einmal, benutze das und dann ist es der gleiche Komfort, sage ich jetzt einfach mal, wie man das auf der Oberfläche hätte. Hier haben wir natürlich auch einen schönen Einsatzbereich für Code-Generatoren, die zum Beispiel mal lesen, welche Spalten sind in der View, um hier entsprechende Copy-Values-Methoden automatisch zu generieren. So, dass ich hoffe, dass man, also ich weiß es von meinen Einsätzen, dass ich genauso schnell bin sozusagen, weil das Framework leicht aufzubauen ist. Sie kennen diese Code-Generatoren auch aus dem SQL-Workshop beim Apex selbst. Da kann ich eine Table-API aufbauen lassen. Die funktioniert von der fachlichen Implementierung ein bisschen anders. Aber warum sollte man sich sowas nicht bauen? Für Interessierte, ich hätte da einen Code-Generator, den ich gestern vorgestellt habe, mit dem tue ich das selbst auch. Wenn Sie möchten, GitHub, J-7, Code-Generator, laden Sie sich runter als Startpunkt und dann fangen Sie an. Wir erreichen also durch diesen Weg, dass wir die Seite entvölkern. Und der große Nachteil, den wir damit haben, ist, dass wir jetzt eine Reihe von Code-Generator-Konventionen brauchen. Damit das gut funktioniert, muss man sich jetzt strikter an Regeln halten, damit das automatisiert unterstützt werden kann, als wenn wir einfach alles auf die Oberfläche malen. Das heißt zum Beispiel, dass die Daten, die der Oberfläche zur Verfügung gestellt werden, idealerweise über eine View verfügbar gemacht werden. Das zwingt einen bereits eindeutige Spaltenbezeichner zu verwenden auf der Seite und das wiederum erleichtert anschließend die automatisierte Zuordnung. Der schreibende Zugriff wird dann über ein Package gemacht. Das heißt, hier ist dieses Validate bzw. Handle Package, diese Methoden, zuständig und die normalen DML-Prozesse greifen hier nicht mehr, weil die natürlich sofort in die Tabelle schreiben und das ist genau, was wir möglicherweise nicht mehr wollen, weil wir da die Kontrolle darüber übernehmen wollen. Ja, und da müssen wir jeweils eine Validierungs- und eine Verarbeitungsprozedur erstellen, was natürlich mehr Code ist als vorher. Und genau diese Schere wird aufgehen, das ist leider so. Aber wir haben dadurch den großen Vorteil, dass unser Code beherrschbar bleibt und im Team ist das ein sehr wichtiger Punkt, wir können mit mehreren entwickeln. Einer macht den Code, der andere die Oberfläche. Man stört sich nicht mehr so oft, weil man weiß genau, wo der Code hinkommt. Wenn es in Ihrem Team sinnvoll erscheint, können Sie natürlich auch den Zuschnitt der Packages sehr klein machen. Sie können sehr viele Packages anlegen, wie zum Beispiel ein Package pro Seite. Dann sind Sie im Team vollständig flexibel und können mit acht Leuten parallel arbeiten, ohne dass man sich gegenseitig in die Quere kommt. Auch das ist im Team gerade bei APEX sicher ein Argument. Als offener Punkt vermerke ich hier, dass die dynamischen Aktionen nach wie vor ein Problem bleiben können. Das heißt, alles das, was Sie dynamisch auf der Seite regeln müssen oder wollen, weil Sie zum Beispiel mit Ajax zur Seite zurückgehen oder weil Sie sehr viel Bewegung auf der Oberfläche haben oder so, wird dazu führen, dass Sie sehr viele dynamische Aktionen auf der Seite haben. Und erfahrungsgemäß wird das ein riesiges Chaos nach kürzerer Zeit. Es sei denn, Sie sind so fit oder im Team ist jemand, der so fit ist, dass Sie das alles in eine JavaScript-Datei auslagern können und dort wieder einen zentralisierten Zugriff bekommen. Aber dann verlieren Sie auch dort weitestgehend Ihre deklarativen Möglichkeiten. Das, was dynamische Aktionen ja eigentlich so schön macht, dass man Sie direkt an ein Event binden kann, direkt irgendwas tun kann, das programmieren Sie dann wieder von allein. Aber erfahrungsgemäß, wenn Sie erstmal über 10, 12, 15 dynamische Aktionen hinauskommen auf einer Seite, beginnt das Chaos. Weitere offene Punkte. Ein effizienter Einsatz dieses Herangehens erfordert, dass Sie sich ein Set von Hilfspackages schreiben. Sie brauchen Code-Generatoren, damit Sie die gleiche Geschwindigkeit aufrechterhalten können. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Ziel diesen Aufwand rechtfertigt. Sie brauchen also beispielsweise eindeutige Spaltenbezeichner. Wenn wir automatisiert mit Assistenten arbeiten wollen, wollen wir nicht die Namen unserer Elemente anschließend noch editieren müssen oder so etwas. Es sollte möglichst einfach sein, eine entsprechende Webseite anzulegen. Und das erreichen wir unter anderem dadurch. Wir übernehmen die Session-Statuswerte automatisch in Records mit der entsprechenden Hilfsmethode, die weitgehend automatisch generiert wird. Und wir trennen UI und Business-Logik. Ja. Ja, habe ich. Und zwar ist es, also die Frage war hier, ob ich Namenskonventionen für diese Views habe. Ich habe eine sehr einfache Namenskonvention. Das muss ich so machen. Ich bin ein schlichtes Gemüt. Ich muss mir das merken können. Das heißt, bei mir ist es so, die Anwendung hat ein Alias, ein kurzes Alias und jede Seite hat ein Alias. Und dann heißt meine UI-View Up-Alias, Page-Alias, UI und dann die Verwendung auf der Seite. Diese Reihenfolge, weil dann alle von einer Anwendung, alle Views zusammenbleiben und ich die nach Seiten trennen kann. UI sagt mir einfach nur, das ist für die Oberfläche oben drüber gemacht. Und weil ich auf einer Seite eventuell mehrere Views haben könnte, Master-Detail zum Beispiel, habe ich dann noch ein paar Buchstaben hinten dran, wo ich mir dann sagen kann, was die machen. Das ist der Master, das sind die Details oder das ist irgendwie so etwas. Die zeigen mir den Zweck auf der Seite. Eine ganz ähnliche Konvention auch beim Verarbeiten. Denn wenn wir dort bei den Packages sagen, das ist das Up-Alias, Page-Alias, Package. Oder ist das Up-Alias-Package und darin gibt es die Methode Validate-Page-Alias, Handle-Page-Alias. Haben Sie diese sehr einfache Konvention. Sie wissen, der lesende Zugriff geht über diese View, beziehungsweise über die drei Views mit allem gleichen Präfix, die Verarbeitung über dieses Package. Damit können wir problemlos in den Bereich hinein. Die letzte Option, Clean Code. Das ist jetzt nicht Can-Back, sondern das ist eine Erweiterung. Und zwar ist es jetzt nicht mehr sehr schwer. Das Schwere ist der, das hier sauber zu machen, ist schwer. Da brauchen wir diese ganzen Konventionen und so weiter. Wenn wir das geschafft haben, ist der letzte Weg ganz simpel. Im Workspace-Schema machen wir kein Insert in eine Tabelle, sondern wir rufen in der Business-Logic hier unten Packages auf. Oder neudeutsch REST-Services, wenn Sie wollen. Der Grund dafür ist einfach. Wir entwickeln Software in Modulen. Ein Software-Modul hat eine Implementierung und ein Interface. Und unsere Geschäftslogik ist ein Modul. Die Tatsache, dass sich alles in einer Datenbank befindet, sollte uns nicht davon abbringen, auch zwischen der Geschäftslogik und der Anwendungslogik eine klare Interface-Schicht zu machen. Als Gegenprobe überlegen Sie bitte, was passiert in einer Anwendung, wo Sie das nicht so machen. Wenn Sie der Meinung sind, Sie ändern Ihr Datenmodell in ein historisierendes Datenmodell, was vorher nicht historisierend war, überlebt das die Apex-Anwendung. Und wenn das die Apex-Anwendung nicht überlebt, weil die Inserts auf ein oder andere Tabellen gehen, weil kein Stein auf dem anderen bleibt, dann sehen Sie, dass Sie diese beiden Ebenen zu dicht gekoppelt haben. Wenn dieses Workspace eine Tabelle anlegt, ruft es hier die Methode Create Table auf. Und da unten ist die Logik drin. Genauso arbeite ich jetzt bei meinem jetzigen Kunden. Da sitzt mein Kompagnon neben mir. Der macht da unten die Schicht, ich mache die Schicht da oben. Ich sage ihm, ich brauche ein Package, das die Tabelle für sowas speichern kann. Er sagt mir, gib mir einen Record mit den Werten und ich mache den Rest. Was für ein Datenmodell der da unten hat. Ob der noch irgendwelche Log-Einträge macht oder ob der das historisiert oder was, das ist mir egal. Ich weiß es zwar, aber das interessiert mich nicht. Ich sage in Apex nur, nachdem ich diese ganze UI gemacht habe, heißen meine Methoden, jetzt zeige ich Ihnen gerne, damit nicht der Eindruck entsteht, ich erzähle das nur, DVR-Frame, Maintain, Metadata, Package, Delete-Table, Delete-External, Debeling, Delete, Delete, Delete. Ich gebe einfach nur weiter. Ich bin hier fertig. In meiner Anwendungsschicht habe ich die Validierung der Benutzereingaben gemacht. Ich habe die Eingabe vorbereitet durch entsprechende Records und den Record gebe ich Ihnen im Package einfach in die nächste Schicht und sage, füge das ein. Und dort sitzt jemand, der daraus ein Merge-Statement baut, ein Insert-Statement, ein Update-Statement und noch ein bisschen loggt rechts und links. Mit dieser Erweiterung sind wir dann an einem Punkt, wo wir hier oben so gut wie nichts mehr machen, außer View. Hier wird nur zusammengetragen, was der Benutzer gemacht hat und die Eingaben werden validiert, eventuell sogar mit Logik, die von hier kommt und hier wird gespeichert. Flankierend gibt es dann diese vertikalen Dienste wie Logging-Packages, Utilities, die wir auf mehreren Ebenen brauchen, die dann eben dort die ganze Arbeit übernehmen können. Und mit einem solchen Aufbau sind wir auch in der Lage, große Anwendungen zu machen. Und ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, im Apex-Umfeld ist mir der Punkt, dass man quick und dirty schnell was zusammenbauen kann, ein bisschen überrepräsentiert. Denn sehr viele arbeiten nicht so in ihren Unternehmungen. Ja, also sehr viele kriegen nicht den Auftrag, mach mal schnell hier drei Apex-Seiten, dann bist du fertig, sondern viele machen unternehmenskritische Anwendungen. Und wenn diese unternehmenskritischen Anwendungen so gebaut werden, wie das oftmals bei Apex auch vorgestellt wird, glaube ich, dass das keine gute Entwicklung ist. Ich bin einmal in ein Projekt aufgekommen und begrüßt worden, Sie sind der neue Leiter der Tonschuh-Entwicklungsabteilung. Tonschuh-Entwicklungsabteilung? Ja, die hatten von Apex, von Oracle gehört, mit Apex ist eine Seite in zwei Stunden fertig. Klack, 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 fertig, auf Zuruf. Da braucht man keine Spezifikationen mehr, da muss kein Pflichtenheft mehr gemacht werden. Das geht alles so. Ja, da ist die Kamera oben rechts in die Ecke, die guckt zu, was die Leute machen und programmiert den Code. Ja? Und ich glaube, dass diese Grundhaltung gefährlich ist. Wenn wir Apex-Anwendungen machen, die eine längere Zeit überdauern, geht nichts an einer sauberen Architektur vorbei und geht nichts an einem Pflichtenheft vorbei und den üblichen Mechanismen, den wir auch in anderen Entwicklungsumgebungen benötigen. Das ist eigentlich, was ich sagen wollte. Ich habe schon die gelbe Karte gekriegt, die rote kommt dann relativ schnell. Ich danke, dass Sie trotz mittags Essen rechts und links noch ein bisschen Zeit für mich hatten. Bei Fragen gerne, wenn noch Fragen sind. Ansonsten guten Nummer. Danke. Applaus Applaus Applaus